und ich bin bereit gib mir ein ziel also gut weg und nein ok warte auf ziel weg da weg unten so nächster bitte zu du hast unarker 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 kennen wir schon alles holster holster für verstand greife an nein Wir haben einen Scharfschützen Gewehr. Nehmen wir uns doch gleich. Das wäre das Bingo. Nein, den tauschen wir mal mit dem aus. Und hier nehmen wir mal den Tegel. Wenn wir mal die russische Seite holen. So, geht doch gleich viel besser. 100 Meter einstellen. So, wo sind sie? Okay, weiß ich nicht. Komm raus. Was ist die? Wo ist die Kling? Da sind die Pappen, Alter. Okay. Okay. Noch ein Laster! Aufpassen! Dass sie nicht ran kommt! Oh. Oh, 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 oh! Granate, Granate, Granate. und jemand hier eine überraschung sei ja können die mal aufhören damit jungs eine granate den hast du erwischt du lebst immer noch und ich habe noch immerhin von der anderen dass wir von hier hochgehen war irgendwo eine waffe die rumliegt da-da-da-da-da so den haben auch was hier nein was nicht was andere seite was die andere seite dann war es da hier sind wir eine wache versteckt wenn ich mich richtig erinnere sagt ihr auf die röhre ich hoffe dass ich mich richtig erinnere da ist keiner wie liegt die denn Oh. Oh. Hier ist man nicht. Was sind die blöde Knie? Nachher hin. Ey Jungs, das ist tot, um mich zu verarschen. Wie ist das, wie irgendwo ich hier lag, aber okay. Okay, dann finden wir die halt, ne? Irgendwo hier lag ne Knarre. Ach. Ja. Ja. Es erinnert mich auf deprimierende Weise an zu Hause. Wir sind alle am Leben. Das ist auch, guck mal genau hin, das ist so doof gemacht das Spiel. Hier überhaupt nicht realistisch. Seht ihr? Das Ziel bleibt da. Realismus überhaupt nicht. Also bei allen anderen Battlefield Spielen, beispielsweise bei 3, sieht man richtig, dass jetzt hier mit runter geht. Und hier nicht. Es ist ganz einfach Schott. Aber okay. Es ist halt Battlefield. Es ist halt der erste Griff ins Klo damals gewesen. Ja und den neuesten Griff ins Klo, den kennt ihr ja sowieso alle. Und jetzt geht's weiter mit Verretten. Personisch. So. Rennen renn, rennrenn.. Wenn ihr vorläuft, also vor euren Team Lieder sind wir auf der Maschode schön. sowieso das ist doch er trägt wieder ab dann schafft alle wir sind dabei Willkommen ja schon. Immer mit der Ruhe. Oh shit. Haben wir schon mal. Wir haben noch alles gekostet. Jupp. Das ist nicht so gut. Hat jetzt hier keiner? Doch. Oh, ich gucke doch. Warte. Scheiße, bin getroffen. Bin getroffen. Bin getroffen. Ach du scheiße. Geht's dir gut, Mann? Wir leben noch. Unigerweise. Hol dann von dem Wrack weg. Geht nicht. Er steckt fest. Na komm, schieb doch mal, Junge. Schieb. Nein, Junge. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab's das Wort geholt, dich hier raus zum Back. Der Treibstar. Ich weiß nicht. Anhalten. Röcke, gib mir Deckung. Tasche. Sofort aus da. Wir sind bald. Bitte. Bitte. Ich helfe Ihnen. Nein, nein, nein. Sie müssen hier verschwinden. Es ist gefährlich. Bitte, bitte. Röcke, ein Messer. Wofür ist der Tarschuh? Sie muss das Bein abschneiden. Was? Röcke, beim Meer. Schneiden wir mal. Boah. Du, er schneidet ab. Mach. Stopp. Wir müssen los. Ist der Tote? Bleib mal nur ordentlich. Du bist doch an die Karte. Schmeiß auch nur ein gutes Messer weg. Schmeiß auch nur ein gutes Messer weg. Entdeckung! Runter! Runter! Los, komm wir ab! Der Heli kommt doch mal zurück! Wir gehen! Dann fahren wir mal. Und deswegen ist das Spiel so beschissen und haben die meisten auch das Spiel zu Recht zerrissen. Weil... Los geh, Tracker! Geh ans Steuer! Äh... Deswegen hier. Fortress, hier ist Tombstone. Evakuierung gescheitert. Wir müssen hier anders raus. Hört ihr mich? Tombstone, Fortress hat euch auf dem Schirm. Sekundärabholung unterwegs. Folgt der Straße drei Kilometer nach Westen. Schön! Wenn wir überhaupt erst mal... Schön, jetzt klappt's! Ich bin hier. Dann würde ich mich vergessen. Da ist die casino nie mehr lange. Das ist so, egal. Wenn unsere intel über Admiral Chen und die Russen direkt ist, immer keiner von uns nach Hause kommt. Und dann wird von uns nach Hause. Und dann wird man abgelandert. Hört hier noch jemand die ersten Töne der Hymne? Ach, das ist die Hupe. Okay. Ich bin gut dran, ich würde die hintere Fasse für Gas geben. Ich verstehe, dass man überhaupt nicht braucht. Ja, komm. Hübsch bei Fuß. Hübsch bei Fuß. Wo ist der verdammt? Ach, das hat eine schöne Mannschaft. Ich hab keine Ahnung. Da, da ist der! Bereit machen! Schneller! Lass mal Arsch knacken. Gib Gas, verdammt! Ja, eben das. Ich würde ihn permanent treffen, aber er trifft uns nicht. Wieso nicht? Ganz einfach. Das ist ganz einfach doof gemacht. Und zwar sowas von doof. Oh mein Gott. Ich hab mir getroffen, da siehst du. So ne Scheiße! Geht auf! Ja, und ab im Wasser. Blubblubblub, Wahnsinn! Titanic lässt grüßen. Ja, Tombstone hat die Intel geborgen. Und im Falle eines chinesischen Militärdruckes Wir haben eine MZ. Wir haben eine MZ. Ne MZ. Mal sehen wir mal. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Suez abriegeln mussten. Eine falsche Bewegung. Und es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Untertitelung. BR 2018